Hallo und herzlich Willkommen zu Manuel am Abend. Ja, wie man sieht wird es draußen wieder dunkel und ich muss sagen, wir haben 16.43 Uhr und ja, ja, manche Folgen sind Aufzeichnungen, genauso wie diese heute und ich muss wiederum sagen, ähm, Manuel am Abendfreunde, alle Filme, die ich produziere, das heißt, wie zum Beispiel, ähm, das Video mit dem Coca-Cola Weihnachtstruck oder, ähm, das Video mit der Eisenbahn, sind alle auch hier so einzeln zu sehen und nicht nur in Manuel am Abend. Weil alle Filme, die in Manuel am Abend zu sehen sind, könnt ihr natürlich auch hier extra oder auch einzeln sehen. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, Manuel am Abendfreunde, ähm, heute ist noch Januar und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, was soll ich da sagen? Ja, doch. Ähm, ich wollte euch jetzt mal ein anderes Bild von mir zeigen. Alle Bilder sind nur in meiner Hand und auch nur für mich nutzbar. Das war eine Brücke gewesen, auch ein handgemaltes Bild, was ich gemalt habe, mit einer Brücke und einem Wald und Wasser, ja. Ich habe so einige Bilder gemalt und, äh, die werden demnächst auch noch in einer kleinen Ausstellung gezeigt. Wieder mal eine neue Ausstellung, wo ihr alle Bilder, die ich bis jetzt gemalt habe, noch einmal sehen könnt. Und, ja. Ähm, das soll es erstmal gewesen sein. Mit meiner, mit meinen Bildern und mir. Und ich muss sagen, heute ist die Glotze aus. Ja, auch bei mir ist mal die Glotze aus. Weil, ich habe gerade den PC an und schaue da gerade was. Was ich da schaue, ist im Prinzip egal. Weil das nicht wichtig ist. Ja, und ich genieße noch ein bisschen meinen Urlaub. Und deswegen produziere ich, produziere ich, produziere ich. So wie öfters. Natürlich produziere ich auch, wenn ich keinen Urlaub habe. aber naja. Mal am Abend, Freunde. Nun sitze ich hier, genieße den Tag und denke mir, was könnte es Schöneres geben, als hier zu sitzen und in die Röhre zu schauen. Ist dir im Prinzip auch egal. Wenn ich sage egal, dann meine ich auch egal. Aber ja, nun muss ich sagen, der Tag hat sehr gut begonnen. Oh ja. Und hab bis mittags geschlafen. So bis um elf. Elf? War das elf? Nee, nicht elf. Bis eins hab ich so geschlafen. Oder doch bis elf. Ist auch egal. So zwischen zwölf und eins bin ich aufgestanden. Ja. Ist auch egal. Jedenfalls mal am Abend, Freunde. Ich weiß, ich sehe heute ein bisschen dämlich aus. Aber es hat auch andere Gründe. Und eigentlich sollte ich mich ja hübsch machen. Was heißt hübsch machen? Ja. Ich sehe heute noch nicht ganz top aus. äh, nicht so aus wie sonst. Also, ähm, wie als wäre ich schon stundenlang wach auf den Beinen oder so. Aber ist ja auch egal. Mal am Abend, Freunde. Ähm, gestern konntet ihr einen kleinen Film sehen. Und heute, was gibt's denn heute? Natürlich gar nix. Oder? Nein, natürlich nicht. Denn heute gibt es keinen Film. Erst morgen wieder. Und bis dahin wünschen wir euch alles, alles Gute. Macht's gut. Habt einen schönen Restabend. Wir sehen uns morgen wieder ab 19 Uhr zum Mal am Abend. Ich muss nämlich jetzt da noch was weiter gucken. Und muss leider jetzt auch wieder Schluss machen. Wir sehen uns morgen wieder ab 19 Uhr zum Mal am Abend. Bis dahin und Tschüss. Da 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 oh no 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 oh no